Nach einem stressigen Tag ist es besonders schön, in der heißen Wanne zu entspannen. Noch angenehmer wird der Wellnessfeierabend mit den Badekugeln von Nugin Medicals. In jedem Jute-Säckchen stecken vier einzeln verpackte Badekugeln mit echten eingearbeiteten Blüten. Die hochwertigen Badekugeln verwöhnen Sie mit tollen Düften und einem sanften Sprudeln. Zusätzlich hinterlassen Sie ein seidig glattes Hautgefühl. Das zarte Lavendelblütenaroma beruhigt vor allem angespannte Nerven. Die Rosenblüten wirken ausgleichend und der Orangenduft erfrischt und weckt Ihre Lebensgeister. Badekugeln rein, Alltag raus. Tauchen Sie ein in Ihre ganz persönliche Wellness-Oase. Die hübsch verpackten Badekugeln eignen sich natürlich auch ideal als Geschenk.